Ach, aber erstmal ist Hansaburt drin für ein paar, äh, Millionen Jahre. Bis er eine Freundin hat. Wo ist jetzt seine Freundin eigentlich? Die war doch gerade auch hier. Egal, er schläft jetzt hier einfach so ein faules Snickerchen. Oh nein, er ist sehr kokett momentan. Oh nein. Oh nein. Ich habe eine Gänsehaut. Ich auch. Es macht mir Angst. Warum hast du dich dazu überreden lassen? Ich weiß es nicht. Oh man. Das Hansgeist. Oh man. Warum fragen Leute, die ich überhaupt kenne, ob ich die mag? Ja, ich kenne dich zwar nicht, aber natürlich mag ich dich. Du bist doch, ey, du bist doch der Größte. Ich, ich möchte etwas ausprobieren. Bitte. Ach, keine Ahnung. Doch, Allah. Let's play, Allah. Leider 1, 2, 3. Danke fürs Folgen. Ich hoffe es klappt nicht. Ich hoffe es klappt nicht. Ich hoffe es klappt nicht. Doch, Allah. Let's play, Allah. Wo hat Katja jetzt Essen her? Warum tue ich das gerade? Warum tue ich das gerade? Waffel reinzunehmen ist aber auch keine schlechte Idee. Habe ich doch gerade gesagt. Warum tue ich das gerade? Achso, habe ich überhört. Warum tue ich das gerade? Regt mich das doch nicht. Warum tue ich das gerade? Regt mich das selbst. Warum tue ich das gerade? Ich lasse gerade sein, dass mein Gott und Katja gerade damit flirten. Warum tue ich das? Oh, mein Gott. Okay, es ist nur umarmt. Es ist nur umarmt. Es ist nur umarmt. Oh, fuck. Okay, gut. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Warum? Nein, nein, nein. Oh. Doch, Allah. Let's play, Allah. Ivo, das ist doch. Danke fürs Folgen. Die, 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 die. Das wollte ich hören, Alistar. Du bist Rebelle? Nein, wer bist du denn? Wie, wie, was? Was? Ich schalte mein Lieber auf Melina um. Yay. Oh. Und stellt euch vor, Katja und Tanzverbot kriegen ein. Ich würde so gern wissen, wie das Kind aussieht. Ich, ich würde so gern wissen, wie ein Kind aussieht. Ohne Scheiß. Können wir es machen und dann wegschicken in so einen anderen Haushalt? Hey, das wäre. Also wenn die jetzt ein Kind kriegen, dann kannst du halt nicht auch noch mehr dann hinzufügen oder was. Ne, das Kind will ich dann wegschicken. Ich hab grad hingeschaut. Nein. Ach so. Ich hab ganze Haut. Katja und Tanzverbot haben sie geküsst. Nein. Was können ich sage? Ob die auch Drillinge und sowas kriegen können. Ja, dann nicht. Es ist ja nur ein Haushaltsplatz frei. Du kannst nur ein Kind kriegen. Ach so. Ich bin grad abgebudert. Warte, warte, warte. Wenn kein Platz mehr frei wäre, dann können sie gar keinen. Ich möchte eine Sache ausprobieren. Oh Gott. Katja möchte nackt baden. Bitte, mach ich. Pass mal, bekommst du dazu. Oh nein. Was tue ich hier? Ich will da gar nicht mehr drauf schauen. Das ist schon schlimm genug, dass ich den Kuss zwischen den beiden gesehen habe, ja? Lass es raus. Ich will ein Kind von den beiden. Ohne Scheiß. Irgendwie will ich es ohne Scheiß. Und irgendwie widert es mich grad stark an. Ich lass erstmal alle schlafen gehen, die jetzt müde sind. So, was ist mit dir, Melina, eigentlich? Du bist noch die Einzige, die grad ganz okay ist. Du bist angespannt. Du bist angespannt. Warum? Aua. Ja. Du musst auf Toilette. Dann geh doch auf Toilette. Was will sie hier? Mit Kilian plaudern. Nein, wird sie garantiert nicht. Glaube mir. Arschbombe in den Pool. In den Pool springen. Arschbombe. Kannst du auch gern machen. Der Pool ist schön, oder? Der Pool ist schön. Dani? Ja? Klumpi Fun schreibt, sagt Dani, sie soll aufhören. Es gucken auch Kinder zu. Wer hat ein Tanzverbot badet im Booster? Wer hat das grad geschrieben? Was du gesagt hast? Äh, Klumpi Fun. Oh Mann. Melina, warte. Melina vollführt jetzt eine Arschbombe der Extraklasse. Herzlich willkommen beim TV-Total Turmspringen. Warte, wir sind mittlerweile schon bei TV-Total? Ja. Das war ein Bauchklatscher. Und die Juroren geben... Die müssen Punkte geben. Null. Null. Höre ich da null? Null von zwei Punkten. Und sie ist traurig. Warum? Weil sie keine Punkte bekommen hat. Weil sie das Feuer gelöscht hat. Was? Sie möchte sich jetzt im Bett aushäumen gehen. So schlimm war sie jetzt auch nicht, Melina. Komm, mach eine Yoga-Übung. Nein, dann nicht. Dann geh dich halt ausweilen. Memme! Memme! Wo ist eigentlich Dagi? Mit der machen wir irgendwie nie was. Dagi und Ju. Mit dem machen wir nie was. Ja, die mit dem blauen Haar ist Melina. Zehn Punkte. Null Punkte. Ein Punkt. Zehn Punkte. Tausend Punkte. Also so doll war es jetzt auch nicht, Leute. Was ist das hier eigentlich? Würstchen und Bohnen. Das sieht so eklig aus. Ohne Scheiß. Das sieht so eklig aus. Das sieht aus wie schon zweimal gegessen. Stellt euch vor, ihr habt es gegessen. Es kommt wieder raus. Ihr esst es nochmal und kotzt es aus. So sieht es aus. Ohne Scheiß. Ups. Blauer Himmel. Dagi. Ich finde, es wird an der Zeit. Ja. Du hörst auf Dagi? Was wird Zeit? Du hörst auf Dagi? Was ist das hier? Hä? Ich habe gerade Dagi gesagt. Und du so. Ja. Ich brauche. Wo ist denn das, was ich brauche? Ich habe Zagi verstanden. Ja. Oder Zagi oder was weiß ich denn. Ja. Zagi, genau. Als ob ich das sagen würde. Nein. Du sagst doch nicht immer Zagi. Nein. Oder Zagilein. Nein. Nein. Mach ich nicht. Du bist nicht mein Zagilein. Setzt euch ans Lager. Soll ich hier so eine krustige Puppe hinstellen? Ich bin immer für krustige Puppen. So. Wo ist denn das jetzt? Mein Gott. Meine Frise. Ich suche eine Kamera. Ach hier. Bisschen bessere Digicam. Gibt es noch eine bessere? Kristall Digicam. Das sind YouTuber. Wir haben hier viel zu wenig Kameras rumliegen. Aber ich müsste an jeder Ecke eine Kamera liegen. Ohne Scheiß jetzt. So. Dagi, du schnappst dir die jetzt mal. Ich sagte Dagi. Du schnappst dir die jetzt mal. Nimm sie ins Inventar. Dagi, du machst jetzt irgendwas. Ja. Felix. Du hast es versprochen. Geh springen. Viel Spaß. So. Jetzt hat sie wahrscheinlich hier irgendwo ein Inventar. Foto machen. Foto machen von. Foto machen mit. Foto machen von ist doch eine gute Idee. Sie macht jetzt einfach Fotos von. Live mit Melina. Komm. Das ist das Wesen, was mich gerade anekelt. Be a YouTuber. Jetzt dreht eine Challenge oder so. Ja, meine Fresse. Du bist hier schon seit zwei Tagen. Du hast auch keine Challenge gedreht. Warum ist Melina eigentlich unter der Treppe? Melina? Kann mir einer sagen, warum Melina unter der Treppe nicht mehr wegkommt? Wie ich den Keller kenne. Kann mir einer sagen, wie Melina unter die Treppe gekommen ist? Ähm. Melina. Ohne Scheiß. Das ist armselig. Ich weiß, du bist YouTuber und ich weiß, jeder macht, was du willst. Aber das ist armselig, Melina. Ohne Scheiß jetzt. Ich muss jetzt extra die Treppe versetzen, damit Melina da wegkommt. Melina, jetzt geh. Du bist frei. Geh einfach. Melina, geh mir einfach aus den Augen. Melina. Dankeschön. So, Leute. Nachdem ihr das mit angesehen musstet, stellst du mir jetzt die Treppe wieder dahin. Mann, Melina. Melina, Melina, Melina. 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 Das geht doch so nicht, Mädel. Das geht doch so nicht. Ich hab da extra ein Absperrgitter gemacht, damit da keiner hinter geht. Und du? Du, Melina? Du? Okay, ich stell dir jetzt irgendwelche Sachen hin, damit da kein Mensch mehr hingeht. Tut mir leid, ich hab die YouTuber nicht so dumm geschätzt. Ich hab Tanzverbot gegoogelt. No way. Ja. Ja. Wer es das erste Mal googelt, dann, äh, das ist immer besonders schlimm. Stimmtsage? Das erste Mal Tanzverbot ist das Schlimmste. Sag dir, das erste Mal Tanzverbot ist das Schlimmste Mal. Ich bin ja auf YouTube, ich seh jetzt Sims. Ey, Dani, ich muss dich jetzt selber verlassen. DaniLP01 hat hochgeladen. Sims 4 streamt, 20 Uhr auf Twitch. Achso, tut mir leid. Ich muss dich jetzt leider... Achso, ja, ich hab gehört, die DaniLP ist ne richtig coole. Ich hab gehört, die ist richtig cool. Ja. Lasst mal alle, Leute, alle auf DaniLP01 ihren Stream gehen. Die ist viel besser. Ja, die ist viel besser. Geht dahin. Die ist, die ist geiler. Ich kann da nichts hinstellen. Egal, gut, wir sind nicht mal gefangen. So, manche, einige sollte sich mal einen Duden kaufen. Ja, Call of Duden, Alter! Warum stinkt Melina? Melina stinkt mega. Mensch, Melina. Geh doch duschen. Also Tanzverbot kannst du ruhig stinken lassen, oder? Ja. Oh, Apo und... Äh, ich meine, Wett und Dagi verstehen sich ganz gut. Guck mal, das ist Wetts normaler... Wett! Dagi ist... Melina ist grad duschen. Geh da raus, Mann! Ja, Melina, jetzt kannst du duschen. Komm, schnell. Und der Ju, der räumt alles auf. Das ist ein Guter. Der macht alles sauber. Was? Der ist so die gute Seele, der WG. Hier, guck mal, du kannst ja mal über Größe des Fernsehers beschweren. Wieso? Der ist groß. Das ist der Beste. Oh mein Gott, das ist nur der beste Fernseher! Ich bin eine YouTube-Berühmtheit! Was kann die sich doch bei allen... Hä? Hä? Tage stinkt doch immer, das stimmt. Nach Maggi. Na, auch Maggi, aber ganz hart danach. Oh, stimmt, ey, gönnt euch jetzt erstmal einen Schluck Maggi, Leute. Oh mein Gott. Maggitissimo! Ich muss dann... Ah. Jetzt fühlt sich Melina viel besser. Sie trotzt vor allen. Oh, wir können... Das Einhorn heißt Einie. Wie wollen wir das Einhorn richtig nennen, Leute? Schreibt mal einen Namensvorschläge in die Kommentare. Der Zago unterhält euch jetzt mal und ich gehe auf Toilette. Bis gleich! Oh, ich soll singen? Ah, ist da. Photoshop war ein Job. Ich würde... Ich war... Hey, mach... Shots of the band. Steppen... Einen... Nagel... Neun... Er... Acht... Wow. Ich hab 100 likes mehr. Ich hab 100 likes mehr. Was hat er gesagt? Höre ich jetzt allein. Check mal dein Outfit, deine Tweets in... Ne, warte, dann. Was, wie geht das nochmal? Dein Outfit ist nur ein Hundescheiß wert? Weil ich Millionen verdiene. Fahre ich, Beamer, sammle, Sneaker, Dufa, stehst, unter, Sneaker, leider, nur den Schoko-Riegel. Äh, weiter kann ich den Text nicht. So, die Coole ist wieder da. Ich bin cool. Äh, ich trete... Ich trete Dani in ihr doofes Gesicht. Dooooch, Alter! Let's play, Alter! Every day is how you take it. So, nein. Luana Melona hat dir... Danke fürs Folgen. Oh Gott. Horst? Ich glaube, ihr richtiges heißt auch Horst, oder? Ich glaube, ihr... Ich glaube, ihr... Einer heißen wirklich immer Horst. Ich bin Horst gut. Ey, warum schreiben die alle... Was ist denn mit dem Chat auf einmal so... Ach so, ach so, acht stimmt wegen dem Namen auch so. Ja, Horst. Ich weiß, was ist denn jetzt hier los? Horst stimmt. Horst heißt ein Gericht, glaube ich, immer. Entschuldigung, ich muss so kurz weg, weil... Hör auf, bitte. Ups. Ey, zeig, ich habe gerade 20 Follower verloren, seitdem du da wirst. Seitdem du singst. Was? Follower? Also, äh, nein, also...